Und wir beraten halt ausschließlich Unternehmen. Das ist unser Ansatz. Natürlich hat man jetzt hier auch mit Privatunternehmen zu tun, auch sehr gerne, aber die wollen ja auch ein Unternehmen gründen, weil am Ende ist ja eine Anbauvereinigung nichts anderes als eine Unternehmensgründung. Das hatten wir ja vorhin auch schon bei den beiden rausgehört. Und ich möchte da jetzt noch ein paar Punkte nochmal vertiefen und auch nochmal anschließen an ein paar Punkte, die gerade schon genannt wurden. Bevor ich auf diesen Rechtsformvergleich nochmal komme, EV, EG, der ist mir wichtig, weil kaum jemand die EG wirklich kennt und auch die Möglichkeit, hier eine EG zu gründen und welche Voraussetzungen das hat. Aber die EG ist ja eigentlich eine extrem spannende Rechtsform für das, was hier, sage ich mal, viele vorhaben. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Mir ist erstmal wichtig, ich habe mir so zwei, drei Punkte vorhin rausgeschrieben, bei den Zweien, die ich nochmal ergänzen möchte und hier nochmal vertiefen möchte. Einmal dieses Thema Übergang, CSC, Anbauvereinigung. Dann geht es mir nochmal um zwei Punkte, auch bei der Planung. Im Anschluss würde ich gerne nochmal auf die Haftung eingehen wollen, die auch gerade nicht angesprochen wurde, die extrem wichtig ist, die viele auch, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben. Auch die Tragweite dessen nicht, was sie da tun. Ich möchte also niemanden davon abhalten, also ich bin ja einer, der es möglich macht, aber ich möchte zumindest, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Und dann werde ich nochmal auf den EV und EG eingehen. Das ist schon stramm, aber ich werde es zügig machen. Und dann sind mir zwei Punkte wichtig. Die sind jetzt hier auch angeschlagen, nämlich ganz frisch im Bundesgesetzblatt viel diskutiert. Paragraf 12, Absatz 3 und Paragraf 17. Der eine ist ja sehr behördenrelevant, nämlich der Paragraf 12 und das Ermessen. Und Paragraf 17 ist ja das Thema der sogenannten Paketdienstleistungen. Also mir geht es nochmal darum, wie haben diese Paragrafen eigentlich ihre Entwicklung genommen. Das mag im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen trocken wirken, ist aber extrem wichtig für die Planungen. Vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, was dürfen eigentlich Dienstleister? Und wenn man die Investoren mal unter denjenigen auch verortet, die ja das Geld bringen, die also häufig sagen, ich habe eine Immobilie, ich habe Technik oder ich investiere in diese Technik. Und insofern passen diese beiden Paragrafen auch wunderbar zum Titel des Vortrags. Ja, vielleicht ein Punkt vorab jetzt. Übergang CSC zur Anbauvereinigung. Es ist ja so, die CSC-Welt, die ist ja eine unverbindliche Welt, eine Welt, in der man sich einsetzt für die Entkriminalisierung, in der Austausch stattfindet, in der, sag ich mal, auch übergreifend, vereinsübergreifend Menschen zusammenkommen und sich eben dafür einsetzen, dass der Cannabis legal konsumiert werden kann und angebaut werden kann. Das ist ja, ich will nicht sagen die alte Welt, aber man muss es schon fast so sehen. Weil worüber wir jetzt reden, ist ja gar nicht mehr CSC. CSC, also ich persönlich lege auch immer viel Wert darauf, dass man diese Begriffe richtig verwendet. Also wenn ich einen Tisch sehe, sage ich ja auch nicht, das ist ein Stuhl. Also dann, die CSCs sind nicht regulierte Interessenvereine, die es jetzt im Moment gibt. Und die Anbauvereinigung ist was ganz anderes. Die braucht eine ganz eigene Satzung mit eigenen Voraussetzungen, hat einen eigenen wirtschaftlichen Hintergrund. Das sind im Grunde zwei Welten. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann einerseits sagen, ich nehme mir meinen CSC, den ich schon habe und ich habe eine Registernummer und ich bin eingetragen und ich möchte aus diesem CSC jetzt eine Anbauvereinigung machen. So sind ja viele auch gestartet. Man liest das ja häufig auch in den Satzungen. Wir treten an, Anbauvereinigung zu sein, zu werden, beziehungsweise der Begriff taucht nicht auf, aber vom Sinn her, dass man halt anbauen möchte. Und dass man das, wenn das dann erlaubt ist, eben auch dann tun möchte und organisieren möchte. Das Problem ist, dass man das in dieser Form eigentlich gar nicht kann, weil sämtliche Satzungen dazu gar nicht geeignet sind. Das heißt, alle, die sagen, ich möchte aus einem CSC eine Anbauvereinigung machen, müssen ihre komplette Satzung umändern. Im Grunde eine Neugründung machen, wenn man so will, faktisch. Da würde ich auch immer empfehlen, anstatt eine Satzung in einer Riesensynopse für das Registergericht mit durchgestrichen und neu und unterstrichen einzureichen, würde ich einfach eine Neufassung beschließen. Dann ist natürlich das Problem, dass die Satzungen oft nicht gut sind. Und das habe ich jetzt schon oft erlebt, dass das gar nicht so einfach ist, aus einem CSC eine Anbauvereinigung zu machen durch Satzungsänderung. Ein Beispiel, es sind Satzungen im Umlauf, da sind dann Leute aufgenommen worden als Fördermitglieder und in der Satzung selbst sind aber gar nicht die Mitgliedschaftsarten unterschieden worden, sondern in der Beitragsordnung und das gar nicht zulässig. Da sind jetzt Leute aufgenommen worden, die glauben, sie sind Fördermitglied, zahlen als Fördermitglied auch einen Beitrag, dann haben die kein Stimmrecht, dann wird eine Veranstaltung, also eine Mitgliederversammlung abgehalten, Satzungsänderung, dann werden die womöglich nicht eingeladen, müssen aber eigentlich eingeladen werden, haben die dann eine Stimme, weil die gar nicht wirksam Fördermitglied sind, sondern sind die dann ordentliches Mitglied, also Riesenprobleme, weil das Registergericht, das wird ja darauf gucken, ob die Satzungsänderung ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Also insofern in der Praxis bei mir, ich gehe im Moment dahin zu sagen, lassen Sie Ihren CSC, CSC sein, lassen Sie den bestehen und machen Sie daneben auf einem weißen Blatt Papier eine Anbauvereinigungssatzung. Die sieben Mitglieder sind sowieso da, weil die sind ja auch im CSC organisiert und dann macht man das neu. Blanko hat auch keine Vergangenheit für diesen Verein sozusagen. Die kann einem ja auch oft mal das Genick brechen, muss man ja sagen, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also insofern wäre immer mein Ratschlag an der Stelle, schon aus praktischen Gründen, Anbauvereinigung neu gründen, so machen, wie es das Gesetz vorsieht. Ich persönlich gründe die erst jetzt alle, weil was nützt mir eine Anbauvereinigung von vor zwei Monaten? Ich habe die jetzt alle so an den Rand getrieben, dass man jetzt sagt, jetzt gehen wir in die Umsetzung, weil das jetzt auch durch ist, weil ich jetzt die Sicherheit habe, dass auch nichts mehr kommt und jetzt wird gegründet. Das war auch nochmal was gerade war, das Thema, dass man im Grunde genommen auch keinen Wettlauf machen muss, sondern dass man ordentlich sein muss und verlässlich, weil man eben ein Unternehmen gründet. Und da muss man auch entsprechend so rangehen. Dann hat man die Anbauvereinigung, die gibt man ganz normal zur Eintragung und den Social Club, den kann man ja bestehen lassen. Und das hat auch gute Gründe, warum man den bestehen lassen sollte, weil ich in der Anbauvereinigung ja auch nichts mehr darf. Also ich habe jetzt auch so eine Satzung gelesen, dass der Zweck Anbau umgesetzt wird durch Schulungen und Aufklärung und was weiß ich, das ist alles gar nicht erlaubt. Also ich kann den Satzungszweck Eigenanbau und Weitergabe von Cannabis und Vermehrungsmaterial nur umsetzen, indem ich das eben produziere, abbaue und weitergebe. Das heißt, ich darf in einer Anbauvereinigung noch nicht mal sagen, ich gehe jetzt im Namen der Anbauvereinigung in Schulen und mache da Aufklärung. Das ist gar nicht erlaubt. So ein Satzungszweck nicht gedeckt. Also deswegen muss man nochmal klar sagen, da ist man in so einer ganz eigenen kleinen Welt, der Gesetzgeber möchte nur, dass da angebaut wird und dass da weitergegeben wird. Social, haben wir ja heute auch schon gehabt, will er nicht. Also ist es sinnvoll, auch deswegen schon alleine, nicht aus dem Social Club eine Anbauvereinigung zu machen, weil mir danach im Grunde mein Social Club wegbricht. Ich darf das alles nicht mehr. Muss man also unbedingt auf dem Schirm haben und dann ist es natürlich sinnvoll, vielleicht diesen Social Club auch umzuändern. Eine Möglichkeit wäre ja auch zum Beispiel, die Möglichkeit zu schaffen, dass dann eine Anbauvereinigung auch in einem solchen Social Club Mitglied werden kann, Fördermitglied zum Beispiel, und dass man daraus auch so eine Art Interessenverband für eine oder zwei, drei, vier Anbauvereinigungen macht. Hat man eine andere wirtschaftliche Grundlage, hat nochmal einen anderen Auftritt nach außen und kann dort eben auch als Anlaufstelle dienen für Interessenten, die man dann womöglich zu einer neuen Anbauvereinigung zusammenführen kann. Weil die Anbauvereinigung an sich, da sind wir ja auch wieder bei dem Problem, die darf ja keine Werbung machen, kein Sponsoring und dieses Werbeverbot ist knallhart, das ist ein absolutes Werbeverbot, da gibt es null Spielraum und was Werbung ist, entscheidet nicht der, der Werbung macht, sondern der, der es empfängt. Also entscheidend ist, wie ihr achtet das, was ihr tut, wie kommt das beim Empfänger an? Und in der Werbung ist man ganz schnell, weil man hat ja immer den Drang, nach außen zu gehen, weil man auf sich, auf seine Anbauvereinigung aufmerksam machen möchte, sonst würde ich ja nicht nach außen gehen. Und weil dieser Drang ja auch bei jedem ausgeprägt ist, ist auch vielleicht dieser Social Club daneben nicht so ganz verkehrt, weil da kann ich diesen Drang zumindest ein bisschen ausleben und schütze meine Anbauvereinigung. Weil wenn ich mit der Anbauvereinigung nach außen gehe und Werbung mache, riskiere ich meine Genehmigung. Und ich als Vorstand bin unzuverlässig und werde auch nicht länger Vorstand sein können. Und es ist noch, hinzu kommt, es ist ein Bußgeldtatbestand. Also deswegen kann ich nur anraten, die Vorschriften ernst zu nehmen und sich Gedanken zu machen. Vorher, wie stelle ich das auf? Was brauche ich? Was kann ich? Wie will ich in Erscheinung treten? Was will ich in zwei Jahren? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich mit meinem Social Club machen? Und was darf ich da noch machen? Ich darf da ja auch nicht alles machen. Also auch da darf ich natürlich keine Werbung für Cannabis machen. Und das Gefährliche ist, dass eben auch dieser Mittelbarkeitsgrundsatz in der Werbung gilt. Das heißt, es geht ja immer um Konsumanreize. Wenn jetzt jemand sagt, ich mache keine Werbung für Cannabis, ich mache Werbung für Cannabis-Samen. Dann ist natürlich die Frage, wo fängt da jetzt Cannabis-Werbung an und wo endet die Samen-Werbung? Also die Übergänge sind da sehr fließend. Und da wäre ich sehr vorsichtig und würde das in jedem Fall vorher prüfen lassen. Genauso wie auch Internetseiten. Informiere ich da oder mache ich da Werbung? Und wofür eigentlich? Also Werbung für meinen CSC, das ist ja okay. Aber was mache ich auf der Seite des CSCs? Was schreibe ich da? Welche Bilder verwende ich da? Da muss ich also sorgfältig drauf achten. Genauso wie mit dem ganzen Thema Instagram und so weiter. Natürlich sind ja sämtliche Medien dazu da, um sich zu bewerben. Und da werden ja viele Dinge dann auch diskutiert, die dann auch sehr schnell als Werbung aufgefasst werden können. Und das Besondere ist, in Paragraph 12 treffen die Behörden eine Prognoseentscheidung. Also es ist halt so, wenn ich jetzt im Moment ganz viel Werbung mache oder jetzt im Moment also sprich vor dem ersten Sippen, auch mich öffentlich vielleicht in der Weise äußere, dass ich sage, ach Cannabiskonsum mit 18 ist doch gar kein Problem und ich habe das noch nie verstanden, warum es diese Regelungen gibt und man hat halt im Internet so seine Spuren hinterlassen. Dann ist das Problem, dass die persönliche Zuverlässigkeit in Paragraph 12 die Behörde prüft, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass ich mich als Vorstand in der Zukunft an diese Bestimmungen nicht halten werde. Und wenn ich vorher schon öffentlich geäußert habe, dass mir das alles am A vorbei geht, sage ich jetzt mal so, also sprich sehr leichtfertig war, vielleicht auch Sachen geäußert habe, die im Grunde genommen dem Zweck des Gesetzes ja widersprechen und dem Gesundheitsschutz und so weiter, dann kann mir das auf die Füße fallen. Deswegen wäre ich auch sehr vorsichtig bei dem Thema Werbung und Werbung für Cannabis, weil die Prognoseentscheidung der Behörde muss ja irgendeine Quelle in der Vergangenheit haben, um die dann fortschreiben zu können. Also insofern kann ich da nur sagen, seid vorsichtig und achtet ganz genau darauf, was ihr tut, vor allen Dingen, was ihr jetzt tut. Vergangenheit kann man ja auch nicht mehr ändern, aber dass man zumindest schaut, wie kann ich mich da vielleicht von abnabeln, wie kann ich mich auch vielleicht, wenn ich nicht gut gehandelt habe, bewusst dagegenstellen. Also das sind nochmal, glaube ich, ganz wichtige Themen. Ja, dann nochmal zum Thema Planung wollte ich nochmal was sagen, auch in Ergänzung zu dem, was vorhin schon gesagt wurde. Viele sagen ja auch, ja, ich mache eine Marke, also ich brauche irgendein Branding und das ist natürlich auch wieder so eine Schnittstelle zur Werbung. Da muss man halt sehen, benutzt man das jetzt wirklich werblich? Hat man da womöglich noch ein Bild, was man hinzufügt, typisches Blatt oder ähnliche Themen? Oder geht man rein in den firmenmäßigen Gebrauch? Also ich kann ja, meine Anbauvereinigung muss ich ja nicht unbedingt wie eine Autobahnabfahrt bezeichnen. Ja, ich muss ja nicht sagen, Anbauvereinigung Berlin-Mitte. Ich kann ja auch, kann ja auch die anders nennen. Aber dann muss ich eben auch im firmenmäßigen Gebrauch bleiben. Dann darf ich nicht daraus im Grunde genommen schon wieder Schlagwort, eine Schlagwortverwendung machen und muss dann wieder höllisch aufpassen, dass ich nicht in ein werbliches Verhalten komme. Ja, was sowieso ja schwierig ist, weil ich darf ja eigentlich als Anbauvereinigung außer vielleicht einer Landingpage, die eine Visitenkarte ist, eigentlich gar nicht öffentlich auftreten. Was ja wieder den CSC sehr sinnvoll macht, der daneben steht, damit man eine Anlaufstelle hat, wo man auch Leute abholen kann, wo man öffentlich irgendwie auch sichtbar ist. Ja, ist natürlich, ist mir schon klar, ein großer Widerspruch, weil einerseits will der Gesetzgeber, dass die Leute in die Anbauvereinigung gehen und gleichzeitig ermöglicht er ihnen nicht, dass sie nach außen tätig sind, um die Leute dahin zu holen. Das ist ein großes Problem, das ist mir klar, aber da ist ja die Frage, wie löst man das in der Praxis? Wie geht man damit um? Und da kann, glaube ich, diese Zweiteilung sehr sinnvoll sein. Anderes Thema, da vielleicht ein kleines Anekdötchen, das ist vorhin schon durchgekommen mit dem Abstand. Ich habe also, vorletzte Woche hatten wir die Kompetenztage ausgerichtet in Berlin und just zu dem Zeitpunkt kam ein Spiegelbeitrag raus vom Verwaltungsgericht Berlin und da ging es um Glücksspielrecht und Abstand. Und das sind etwas andere Regeln, das ist mir klar, im Detail, aber nur mal zum Prozedere. Also da ist der Vermesser mit dem Gericht und dem Beteiligten auf die Straße gegangen und dann haben die an der Tür der Schule angefangen zu messen, haben Punkte auf dem Boden gemalt und dann hatten die jetzt keine Luftlinienmessung, sondern eine Wegemessung. Da gibt es also einen Beschluss zu. Das ist also wirklich sehr lustig. Zwischendurch sind die dann noch am Jacques-Weindepot vorbeigelaufen und so weiter. Also das hat man dann auch schön ausgeschlachtet, dass man also jetzt Glücksspiel abschotten muss auf 200 Meter, aber direkt neben der Schule ist ein Jacques-Weindepot. Und dann sind die also gelaufen und haben sich dann überlegt, ob man jetzt den Obststand vom Gemüsehändler auf dem Gehweg umlaufen muss oder ob man da gedanklich durchlaufen darf. Und dann haben die 198,5 Meter gemessen. Und dann hat der halt seine Lizenz verloren. Die Aussage des Betreibers dieser Glücksspieleinrichtung war dann, naja, dann verlege ich meine Tür um zwei Meter. So wie das dann alle machen. Aber dafür muss man ja erst mal wissen, was überhaupt die Bezugspunkte sind. Also das, was heute Morgen schon gesagt wurde, möchte ich nochmal unterstreichen. Nicht Google gucken, Pi mal Daumen und dann scheitert es nachher, weil der eine Bezugspunkt, der ist im Gesetz klar, im Paragraf 12, nämlich der Eingangsbereich, der ja auch schon nicht so ein ganz klarer Begriff ist, der wird aber durch die Gesetzesbegründung zur Eingangstür konkretisiert. Kann man sagen, das ist ein relativ klarer Begriff, aber ist das jetzt die Eingangstür eines Kindergartens, weil der ist ja zum Beispiel komplett umzäunt. Ist das die Eingangstür oder ist die Eingangstür vom Gebäude gemeint, vom Kindergarten, was dann auf diesem Gelände steht und für meine Anbaufläche ist gar kein Bezugspunkt genannt im Gesetz, sondern nur für die Einrichtung. So, da kann ich nur anraten, macht da mal lieber 250 Meter draus, nach euren eigenen Planungen, anstatt da mit 210 Metern rum zu hantieren und nachher habt ihr dann ein Problem, weil die Bezugspunkte, die kennt im Moment keiner, die werden sich in der Praxis erweisen müssen, die sind auf jeden Fall unklar. Also auch da Planung, heute Morgen schon auch hier umfassend angesprochen, also man sollte das nicht zu locker nehmen, deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht, die laufen da mit Vermessungstrupps raus und da gibt es einen Gerichtsbeschluss und da muss man alles bezahlen. Also deswegen aufpassen. Thema Haftung. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja die persönliche Zuverlässigkeit, also die Frage, vielleicht mal vorher angesetzt. Die Aufsicht ist sogar ähnlich aufgebaut wie die Bankenaufsicht. Also wir haben ein Tätigkeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, ich kann Bank sein, darf aber nicht arbeiten, weil ich keine Erlaubnis habe. So, das ist ja hier genauso. Ich bin in der Anbauvereinigung, bin eingetragen, stehe da, brauche ein Erlaubnis. Die Erlaubnis kriege ich unter bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind betrieblicher Natur und persönlicher Natur. Das heißt, diejenigen, die den Verein oder die Genossenschaft vertreten, die müssen bestimmte Voraussetzungen mitbringen und das Gesetz normiert ausdrücklich nur persönliche Voraussetzungen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Im Bankenaufsichtsrecht zum Beispiel gibt es ausdrücklich auch fachliche Voraussetzungen, um sowas überhaupt leiten zu können. Die wird man aber trotzdem mitbringen müssen. Jetzt zwar nicht durch die Behörde überprüft, aber in der Praxis, weil mir ja meine fachlichen Voraussetzungen gegen meine Haftung laufen. Also ich muss schon wissen, kann ich das überhaupt? Habe ich die Fähigkeiten, das zu machen? Deswegen nochmal dieses Thema Social Club, unverbindlich, ein Verein, ich kann kommunizieren, man trifft sich. Da habe ich keine Gefahren in dem Sinne. Da muss ich natürlich die Mittel ordnungsgemäß verwenden, weil ich fremde Mittel bekomme und so weiter. Kein Thema. Aber hier bin ich in einem ganz anderen Pflichtenkanon. Ich stelle Leute ein, ich muss Steuer abführen, Sozialversicherungsbeiträge abführen, ich muss staatliche Vorgaben beachten, ich muss gucken, auch bei meinen Entscheidungen, ist die Halle richtig, zum Beispiel. Da muss ich eine Entscheidung treffen. Ich als Vorstand treffe die ja, treffe ja die Mitglieder. Ich entscheide, unterschreibe ich diesem Mietvertrag, ja oder nein, ist das die richtige Halle? Und dann gehe ich Verpflichtungen unter Umständen ja auch ein, auch schon früh. Und die führen zu Belastungen für den Verein. Und wenn ich jetzt nach allgemeinen Haftungsmaßstäben die ganzen Voraussetzungen nicht ordnungsgemäß ermittelt habe, also ich habe keine ordnungsgemäße Informationsgrundlage, eine vollständige, und habe keine Abwägung gemacht und, 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 dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich halt eine Pflichtverletzung und die habe ich fahrlässig dann herbeigeführt. Vorsatz wird ja nicht vorliegen, also das kann ich wohl ausschließen hier in diesen Fällen. Aber es ist eine unternehmerische Entscheidung und auch im Verein gelten die Haftungsgrundsätze, die auch in der GmbH oder in der Aktiengesellschaft gelten, Stichwort Business Judgment Rule, da habe ich eine gewisse Erhaftungserleichterung, aber die kriege ich auch nur, wenn ich die Voraussetzungen ordnungsgemäß ermittelt habe. Da bin ich wieder beim Thema ganzheitlich, vorher halt denken, nicht überhastet, und die Sachen in eine vernünftige Reihenfolge bringen und auch richtig, also nicht die Augen vor irgendwas verschließen, weil man sagt, man ist Euphorie geladen, wird schon werden, ist jetzt nicht unbedingt so ein gutes Motto. Also das muss alles am Ende auch dokumentiert sein. Ich rate auch dringend dazu an, die wesentlichen Entscheidungen, also die Investitionsentscheidungen und so weiter, zu verschriftlichen und die Abwägungen auch zu verschriftlichen. Warum nehme ich diese Halle? Warum nehme ich nicht die? Warum glaube ich, dass das die richtige ist? Warum glaube ich, dass ich da überhaupt drin arbeiten kann später? Also tut euch wirklich den Gefallen, geht da, schaltet den Kopf an und die Antennen und sagt, ich gründe ein Unternehmen und so muss ich mich verhalten. Und wenn ich feststelle, ich kann das nicht, dringender Rat, Finger davon lassen. Weil das ist also, das muss man wissen, also dieser Übergang, der ist halt für viele auch schwierig, das merke ich ja auch ständig. Und dann kann ich wirklich nur sagen, das war morgen ja auch schon so, dann lieber zu der Erkenntnis kommen, ich kann das nicht, anstatt sich Riesenprobleme ans Bein zu binden. Und wenn man da einmal drin ist, kommt man doch so schnell nicht wieder raus. Wenn man da ein Pflichtgefühl gegenüber anderen Kollegen und ach komm, mach doch weiter und so und dann geht das immer weiter. Also deswegen seid da vorsichtig, gerade beim Thema Haftung, da auch Mitarbeiterauswahl, auch nochmal ein wichtiges Thema zum Beispiel. Ich kann ja auch im Vorstand eine Geschäftsverteilung vornehmen als Beispiel. Dann kann ich natürlich gewisse Dinge auf jemanden delegieren, der es vielleicht besser kann als ich. Also jeder muss ja nicht alles können. Also der Vorstand ist ein Kollegialorgan, das ist ja auch in großen Gesellschaften so. Der eine macht mehr Finanzen, der andere Technik und so weiter. Und es gibt aber gewisse Bereiche, die kann man nicht in ein Ressort delegieren und sagen, da habe ich nichts mehr mit zu tun mit meinem Vorstandskollegen, sondern es gibt auch den Grundsatz der Gesamtverantwortung und gewisse Grundlagenentscheidungen bleiben halt in der Gesamtverantwortung aller. Die kann ich nicht in Ressorts wegdelegieren. Und wenn ich was in ein Ressort delegiere, dann habe ich aber immer noch die Aufgabe, den organintern zu prüfen. Wenn ich also feststelle, in dessen Zuständigkeit laufen Dinge aus dem Ruder, dann muss ich auch eingreifen und dann verlagert sich meine Pflicht, nämlich den zu kontrollieren und im Zweifelsfall auch was zu unternehmen. Muss man eben auch im Blick haben, aber es besteht ja die Möglichkeit durchaus, eine gewisse Aufgabenverteilung auch vorzunehmen. Und bei der Mitarbeiterauswahl ist es genauso. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir sind da fünf Kumpels und wir machen das und der macht das und das kam ja heute auch schon durch. Der hat dann mal fünf Pflanzen im Keller betreut und der ist jetzt der Grower und so, da ist natürlich am Ende ist der Vorstand dafür verantwortlich, wen er auf welche Position auch setzt. Ehrenamt ist eine Sache, aber die muss man ja auch machen lassen. Also dulden als Vorstand, man teilt ja auch Arbeit ein, so, aber spätestens dann, wenn man Leute einstellt und Arbeitsverträge abschließt, muss man sich natürlich vergewissern, ob die Leute das auch können und ob die entsprechend auch die Arbeit richtig erledigen, nachhaltig. Und das muss ich halt, da bin ich für verantwortlich und ich muss die auch kontrollieren und im Zweifel muss ich denen auch sagen, du hörst jetzt auf, du machst das nicht mehr und wenn ich den dann gut kenne, hm, kann es schwierig werden, kann es schnell so einen Verein sprengen. Also da ist vielleicht zu viel Nähe manchmal auch nicht gut. Aber deswegen, ich kann die Themen nur anreißen, aber ich möchte dazu anregen, weil ich das ständig in meinen Workshops habe, ich mache immer so Tagesworkshops halt, die Dinge wirklich komplett zu durchdenken, sich Gedanken zu machen, sich selbst zu reflektieren. Also das ist eben keine Spaßveranstaltung. Vor allen Dingen muss man eins sagen, es gibt ja regulierte Bereiche in Deutschland. Glücksspielrecht ist ja auch ein Thema, Banken ist ja immer auch in der Öffentlichkeit ein großes Thema und so weiter, da habe ich ja viel mit zu tun. Aber es ist halt auch so, dass dieser Bereich extrem durchreguliert ist. Also es gibt nur wenige Bereiche, würde ich mal meinen, im Wirtschaftsleben, die so durchreguliert sind wie dieser, mit so vielen Meldepflichten, Kontrollpflichten und Sachen, wo man aufpassen muss. Da steht man ja ruckzuck, steht man da ja auch, guckt euch mal den 34 an und den Bußgeldkatalog, da ist jede Pflicht gegengespiegelt, der hat anderthalb Seiten und in jeder Zeile steht der Verstoß gegen, Verstoß gegen, Verstoß gegen und jeder Verstoß führt dazu, ich bin unzuverlässig, ich bin unzuverlässig, ich bin unzuverlässig. Also macht euch einen Plan von Anfang an und seid euch darüber im Plan, was ihr da tut. Ja, das ist mir echt wichtig, weil sonst hat keiner Spaß da dran und es funktioniert nicht und dann stehen einem die Mitglieder vor der Tür. Ja, muss man ja auch mal sehen, man hat ja auch Versprechungen gemacht, wir machen das für euch, ihr bekommt demnächst das und das, dann haben die womöglich schon Geld gezahlt und dann erwarten die ja auch, dass das klappt und dann habe ich das Geld ausgegeben, aber habe vielleicht Entscheidungen getroffen unter den Voraussetzungen, das nie funktionieren kann. Da wäre ein Problem, da habe ich fremdes Geld weggegeben und ja, auch bei so Mietverträgen, wenn ich die unterschreibe, das ist mir ruckzuck im Eingehungsbetrug. Wenn ich kein Geld habe auf dem Konto als Verein, kann ich auch nicht irgendjemandem einen Mietvertrag unterschreiben, dass ich da in vier Monaten jeden Monat 5000 Euro bezahle als Verein, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob ich das kann. Da habe ich einen Eingehungsbetrug. Eingehungsbetrug. Gut, ganz einfach. Also deswegen vorsichtig sein und das, was heute Morgen durchkam, kann ich nur unterstreichen. Ablaufpläne festlegen, klar sehen, was man kann, wann macht man was und so weiter und keine Eile. Eile ist hier überhaupt kein guter Ratgeber, sondern Sorgfalt und Qualität. Ja, dann EV, EG. Ja, EG ist mir so eine Herzensangelegenheit, weil ich damit groß geworden bin sozusagen und weil ich da viel auch mit Genossenschaften arbeite und die Gründe und alles Mögliche. Ich bin enttäuscht, weil der Gesetzgeber hat die Genossenschaft hier ins Gesetz gebracht, spät, im zweiten Anlauf sozusagen und über diese Tatsache, nur deswegen stehe ich auch heute hier, weil über diese Tatsache bin ich in diesen Bereich hineingekommen und habe da jetzt viel Freude dran und mache das auch mit viel Enthusiasmus, muss ich sagen. Aber es ist für die EG extrem schwierig. Man muss Folgendes sehen. Der Gesetzgeber hat jetzt auf der einen Seite diesen Idealverein vorgesehen und ein Idealverein, das kennt ihr aus Social Clubs, der ist halt beitragsfinanziert. So, das ist die eine Sache. Dann habe ich auf der anderen Seite die EG. Die EG ist ein wirtschaftlicher Sonderverein, also das ist eine Rechtsform des Wirtschaftslebens. Und der ist eigentlich, ist es die richtige Rechtsform, weil das, was hier stattfindet, ist eigentlich Wirtschaftsleben. Also im Rechtskleid des EV seid ihr eigentlich gar nicht so richtig aufgehoben. Deswegen diese Themen mit Haftung und Aufsicht und so, das passt ja eigentlich nicht in die EV-Landschaft. Das ist eigentlich eine Sache aus dem Wirtschaftsleben, wenn man so will. So, jetzt haben wir die Genossenschaft im Gesetz. Das muss man so sehen, es gibt Organisationsgesetze, also es gibt das Genossenschaftsgesetz, das GmbH-Gesetz und so weiter. Und da wird geregelt, wie ist die EG verfasst, welche Kompetenzen haben die Organe, wie ist die Finanzverfassung, was ist mit Mitgliederversammlungen. Also all das ist im Grunde im Gesetz geregelt und ich kann in der Satzung natürlich noch in den Grenzen des Gesetzes gestalten. Und jetzt geht der Gesetzgeber her und macht dieses Konsum-Cannabis-Gesetz, lässt die EG zu und greift jetzt mit einzelnen Vorschriften, die im Gesetz stehen, in die Organisationsstruktur der Genossenschaft aus eigentlich dem Organisationsrecht ein. Sagen wir so einen Widerstreit, Konsum-Cannabis-Gesetz, Besonderheiten und gleichzeitig das Organisationsrecht. Und die stehen sich jetzt gegenüber. So. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll für euch jetzt diese Rechtsstreitigkeiten auszufechten über sieben Jahre, in welchem Verhältnis die jetzt zueinander stehen. Aber man muss einfach sehen, das, was jetzt da drin steht, muss man akzeptieren, das kommt man ja nie an den Start. Jetzt ist aber das Problem folgendes. Und zwar, weil der Gesetzgeber legt die Beitragspflicht fest, auch für die Genossenschaft. Und die Genossenschaft ist keine beitragsfinanzierte Rechtsform, sondern die ist Entgelt finanziert. Und Entgelt ist ja, nach fälschlicher Ansicht des Gesetzgebers, Teufelszeug, weil er ja Entgelt mit Gewinn gleich setzt und mit Kommerz. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil er die Genossenschaft nicht versteht. Ja, und das ist leider so in ganz vielen Bereichen, dass der Gesetzgeber diese Rechtsform einfach nicht mehr kennt. Und es gab früher so zwei, drei SPD-Abgeordnete noch, die aus dem Bereich der Sozialgenossenschaften kamen, die dabei waren. Im Übrigen war einer dabei mal, der mit Herrn Scholz in einer Kanzlei verbunden war in Hamburg, ein Herr Bösche, der auch früher politisch aktiv war. Und dadurch wurde noch so durch wenige Personen diese Kompetenz reingetragen. Ich muss mich aber wundern, weil die Genossenschaft ist die am breitesten verbreitete Rechtsform in Deutschland. Also wir haben in Deutschland 20 Millionen Genossenschaftsmitglieder. Und vielleicht 4 Millionen Aktionäre, um das mal in so ein Verhältnis zu setzen. Also wir haben ja Riesenbereiche. Wohnungsbau, Volks- und Raiffeisenbanken. Wir haben ganz viele Einkaufskooperationen, Edeka, Rewe, also Koop früher. Alles, was es so gibt, Energiegenossenschaften. Also es gibt ganz, ganz viel Agrar, will ich gar nicht von reden. Also unglaublich verbreitete Rechtsform und kaum einer hat Ahnung davon. Was allerdings auch daran liegt, dass die Verbandsorganisiert ist, die Rechtsform. und deswegen nur wenige freie Berater da auch wirklich beraten. Ja, so viel dazu. Was heißt das jetzt? Also das Thema ist, dass wenn ihr jetzt eine Genossenschaft gründet, dann habt ihr einmal das Problem, dass ihr die im Grunde ausgestalten müsst wie ein Verein, nämlich beitragsfinanziert, obwohl die das eigentlich gar nicht kennt. Also es ist jetzt, da ist die gleichgeschaltet mit dem e.V., hat man also keinen Vorteil mehr. Der Vorteil wäre, wenn man eine EG hätte, die richtig funktioniert, dass die Zwecke des Gesetzgebers eigentlich viel besser verwirklicht werden könnten, weil jetzt muss ich nämlich Beitragsstaffeln bilden und sage, ich bin der Mitglied bis 20 Gramm, weil das so vorgesehen ist. Ich will aber eigentlich nur zwölf. Dann muss ich acht mitnehmen, obwohl ich sie gar nicht haben will. Die nehme ich ja mit, weil ich habe ja auch bezahlt dafür durch meinen Beitrag. Bei einer Genossenschaft würde ich hingehen und sagen, ich möchte gern drei Gramm. Dann bezahle ich die und nehme die mit und am Ende habe ich vielleicht 17 Gramm im Monat abgeholt und habe dafür bezahlt. Und jetzt ist es nicht so, dass das jetzt Kommerz wäre, sondern die Genossenschaft ist jetzt darauf angelegt, Selbstkosten zu betreiben. Also das ist die Rechtsform des Wirtschaftslebens, die auf Kostendeckung und auf Bedarfsdeckung ausgerichtet ist. Und jetzt gibt es im Körperschaftssteuergesetz eine Vorschrift, sogenannte genossenschaftliche Rückvergütung und dann kann ich praktisch alles, was ich überschießend eingenommen habe, an die Mitglieder zurückgeben. Also wenn ich jetzt praktisch, um ein einfaches Beispiel zu bilden, ich habe jetzt für ein Gramm 6,50 Euro bezahlt und am Jahresende stelle ich fest, ich hätte dem eigentlich nur 6 Euro abnehmen dürfen, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, dass ich wirtschaftlich nur 6 Euro brauche. Aber so kann ich ja nicht wirtschaften, ich muss ja ordnungsgemäß wirtschaften. Dann kann ich mit der Rückvergütung ihm die 50 Cent wiedergeben. Und das ist keine Gewinnausschüttung und das ist der Irrglaube des Gesetzgebers, sondern das ist eine Rückgabe von Erspartem, das ist also eine Betriebsausgabe steuerlich auch. Also Vorsteuer. Und damit wäre die Genossenschaft total prädestiniert, auch diese ganzen Konsumthemen zu regeln und als Wirtschaftsrechtsform hier auch viel besser geeignet von dem Hintergrund der ganzen Pflichten, die ihr alle habt. Ich habe eine Stellungnahme eingereicht im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens und die Dinge genauso auch dargelegt. Aber wie das so ist, ja. Bitter. Aber ich habe gestern mit dem Abgeordneten hier noch telefoniert oder mit dem, ich habe den Namen jetzt nicht ganz parat, von den Linken gestern, der hier war, Tempa, Tempe, ist noch da, ja. und dem wollte ich das nochmal einreichen. Ach, da hinten ist er. Ja, sorry, den Namen ich mir ganz parat gehabt gerade. Also das werde ich nochmal einreichen, auch nochmal, dass das vielleicht doch nochmal in Umlauf kommt. Also das ist, und man könnte auch mit der Genossenschaft andere Größengruppen auch bilden. Also man hätte dann vielleicht noch mehr Möglichkeit, den Kleinkonsum unterzubringen, weil man nicht auf diese 500 Mitglieder beschränkt sein müsste dann vielleicht, weil man ist ja auch in einen Prüfungsverband eingebettet und hat eine ganz andere Sicherheit in der Rechtsform als in einem Verein. Also der Verein empfiehlt für so eine Sache, wie diese Produktion von Cannabis und diesen riesen Apparat, den er da rumbildet, eine Rechtsform aus dem Freizeitbereich ohne jegliche Kontrolle. Ich habe einen internen Kassenprüfer und der ist mein Kumpel. Also das ist ja ein Wahnsinn. Ich verstehe das nicht. Aber es ist so. Ja. Die Rückvergütung ist ein großes Problem, weil ich im Grunde nicht den Vorteil habe, das machen zu können, sondern ich muss ein Beitragssystem haben. Dann habe ich bei der EG einen zwingenden Aufsichtsrat. Ja. Ich brauche also weitere Mitglieder, die, sag ich mal, auch Aufgaben übernehmen wollen und auch die Aufgaben beherrschen. Die müssen ja ein Amt ausüben und müssen sich pflichtgerecht verhalten. Wenn ich allerdings eine größere Menge hätte, auch an Leuten, die ich da versammeln könnte, hätte ich natürlich auch vielleicht eine andere Chance, die auch zu bekommen. Und dann ist natürlich ein Thema, was viele beschäftigt, das ist so, ich kann bei einer Genossenschaft die Mitgliedergruppen nicht so differenziert ausgestalten wie beim e.V. Es gibt sogenannte investierende Mitglieder, aber die kann ich natürlich nicht zum Hauptbestandteil einer Genossenschaft machen, sondern die haben durch verschiedene Regelungen im Gesetz immer eine untergeordnete Bedeutung. Aber dadurch könnte ich zum Beispiel auch, habe ich eine andere Möglichkeit, auch Kapitalbasis zu schaffen. Und ich habe Eigenkapital. Also in der Genossenschaft habe ich Eigenkapital, muss man auch mal sagen. Also ich habe die Mitgliederzahlen Geschäftsguthaben, wenn sie rausgehen, kriegen sie es wieder. Das Eigenkapital ist deswegen schwankend, aber ich habe auch ein anderes Standing unter Umständen bei Banken und so weiter, weil ich eine Wirtschaftsrechtsform habe. Also im Moment mache ich das so, dass ich gucke, ich gründe einen Verein und dann versuche ich, individuell mit den Leuten zu schauen, wie kann ich das ein oder andere aus der Genossenschaft vielleicht da mit rein beraten, was sinnvoll ist, sei es im Prüfungsbereich zum Beispiel, externer Prüfer, Schlussbesprechungen, Beratung des Vorstandes, was man so aus dem genossenschaftlichen Prüfungsrecht kennt, was auch Besonderheiten sind, die gibt es im Kapitalgesellschaftsrecht nicht, sodass man da auch nochmal über so einen Prüfer eine Beratungsfunktion hat. Und das ist dann auch nicht ganz unwichtig in diesen ganzen Themen, wenn jemand Geld gegeben hat, der will ja auch sehen, dass das läuft. Also so habe ich auch was in der Hand als Verein und kann unter Umständen auch jemandem anderen mal für eine prüferische Durchsicht eine Bescheinigung geben und sagen, ich habe mich prüfen lassen. Und für den Vorstand ist es auch nicht unwichtig, weil er will ja auch entlastet werden und will möglichst auch seinen inneren Frieden haben. Also da kann man, aber dann muss man dann gestalten. Aber im Moment tue ich mich da schwer mit, Genossenschaften zu empfehlen. Ja. Ja, ich meine, ich habe ja beim e.V., muss ich, ja, es geht um die verschärften Berichtspflichten bei einer Genossenschaft. Klar, eine Genossenschaft ist vermeintlich aufwendiger zu verwalten, aber wenn ich einen Verein mit diesem Geschäftsgegenstand ordnungsgemäß führen will, dann werde ich auch da ordnungsgemäß berichten müssen. Also da komme ich nicht drum rum. Ich kann den ja nicht führen wie in, keine Ahnung, Taubenzüchterverein. Also das geht ja nicht. Also deswegen sind das Dinge, die fallen für mich nicht so ins Gewicht. Genauso wie die Gründungsprüfung bei einer Genossenschaft, weil auch hier jede Anbauvereinigung braucht einen Wirtschaftsplan, braucht jemanden externes, der mit spitzen Bleistift durchrechnet, ob sich das in diesem Objekt mit der Technik, mit den Dingen, die man plant, auch tatsächlich rechnet. Also letztendlich muss auch jede Anbauvereinigung eine Art Gründungsprüfung durchlaufen. Zumal sie ja in den seltensten Fällen Standalone ist, sondern immer irgendwo auch vielleicht eingebettet ist, jemanden hat, der auch Geld gibt und insofern ist da ja auch ein Bedürfnis, sonst wird der ja auch kein Geld geben. Ja, in seltensten Fällen. Also insofern sehe ich die Dinge nicht als so nachteilig an. Die anderen Sachen, die sind eher die, die mich persönlich stören und die auch dem Zweck entgegenlaufen. Gut. Ja, dann wollte ich mal zu diesen zwei Sachen kommen und zwar zu Paragraf 12 und zu Paragraf 17. Ich muss jetzt ein bisschen theoretisch werden, aber ich versuche es locker darzubringen. Aber er fordert ein bisschen Aufmerksamkeit. Mir ist aber wichtig, dass da ein Verständnis für entwickelt wird, wie ich zu meiner Meinung komme. Also, wir haben ja jetzt den Paragraf 12 Absatz 3 Nummer 2, der wird ja auch in Kraft treten jetzt. und das ist ja das, was, oh, da hat es verhauen. Ja, Entschuldigung. Also das Thema ist ja, was ja viel auch öffentlich schon auch beschrieben wurde, wenn ich halt ein Gebäude habe, eine Halle und ich möchte da mit zwei, drei, vier Anbauvereinigungen rein oder in ein Gewächshaus oder ich habe eine Fläche und da sind zwei Gebäudeteile und ich möchte da mit zwei, dreien dann hin, geistert ja viel durch die Gegend, ja, darf ich nicht mehr. Das ist verboten. So, das möchte ich nochmal klarstellen, dass es nicht verboten ist, sondern im Grundsatz ist erlaubt und die Behörde kann es versagen im Einzelfall. Also das ist nochmal wichtig zu verstehen, dass, warum hat man das gemacht und nach welchen Kriterien, darauf will ich hinaus, kann eigentlich jetzt eine Behörde handeln. Also was ist jetzt ordnungsgemäßes Behördenhandeln und wie geht man damit um, wenn man das vorhat? Also die Begründung sagt halt, es soll ermöglicht werden, sicherzustellen, dass nicht eine Vielzahl von Anbauvereinigungen Anbauflächen am selben Ort oder im selben Objekt beträumen dürfen. Das ist im Grunde der Kernsatz aus den Begründungen. Wie ist es dazu gekommen? Also es war ja am Anfang so, dass in der ursprünglichen Gesetzesbegründung sogar ausdrücklich davon die Rede war, dass mehrere an einem Ort sein dürfen, mit dem Zusatz, der eigentlich selbstverständlich ist, wenn sie die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Heißt also, nicht eine Fläche mit einem Springseil dazwischen, sondern jeder getrennt mit Sicherheitskonzept, Zutrittsrechten und so weiter in einem Objekt klar voneinander abgetrennt. So haben ja viele auch gedacht. Dann kam der Bundesrat und hat gesagt, wir möchten, dass sichergestellt wird, dass nicht mehrere an einem Ort sind. Und aus dem nicht mehrere ist dann verhandelt worden, nicht eine Vielzahl. So läuft das. Der Hintergrund ist ja, dass die sagen, das, was gestern ja auch schon zur Sprache kam, gestern Abend, das ist natürlich auch viel Angstmacherei und Befürchtungen, auch aus Unwissenheit und so weiter. Es sollen halt nicht diese Plantagen, die können ja sowieso nicht entstehen, weil jeder muss ja für sich wirtschaften, aber es sollen eben nicht Riesenflächen entstehen, wo sich ganz viele eben ansiedeln. So, und das, der Gesetzgeber möchte also jetzt einen flexiblen Handlungsspielraum eben im Umgang mit diesen Großanbauflächen. Das ist das, was letztendlich die Behörden jetzt in den Ländern haben sollen. So, das Problem ist, wir haben ein Bundesgesetz und jetzt ist natürlich so, dass die eine Behörde das so handhaben kann, also nicht im rechtsfreien Raum, aber natürlich gibt es immer Nuancen, eine andere so, also dadurch ist natürlich das Problem da, dass letztendlich unterschiedliche Handhabungen in unterschiedlichen Bundesländern erfolgen, je nachdem, wie man da rangeht und wie streng man die Dinge sieht. Ich hatte mal vorgeschlagen, so eine Höchstgrenze einzuführen, dass man im Grunde sagt, bis zu zehn Anbauvereinigungen ist es immer sicher und ab der 11. ist ermessen. Das war mal so ein Thema, das war auch über den Bundesverband eingebracht worden, ins Gesetzgebungsverfahren, hat aber keine Berücksichtigung gefunden und sodass man zumindest eine Planungssicherheit hat, wenn man mit drei Vieren ist, dass man es auf jeden Fall tun kann, ohne dass jetzt eine Behörde sagen kann, das geht nicht. Das war im Grunde die Intention und die Intention war, der Gesetzgeber sagt ja, er möchte nicht eine Vielzahl und da komme ich gleich noch zu, die Vielzahl, die ordne ich so ungefähr bei zwölf ein und insofern kann man ja auch sagen, naja, wenn das dein Ziel ist, dass du nicht eine Vielzahl möchtest, dann kannst du ja auch erst mal fünf oder zehn safe machen und kannst dich dann ja darum kümmern über die elfte, zwölfte und vierzehnte. Aber das ist nicht durchgekommen. Gut, also das wäre jetzt in meinen Augen sinnvoll gewesen, ich gehe da mal schnell durch. Das heißt, eigentlich braucht man ja diese ermessensfreie, rechtssichere Planung, dass man eben mehrere hat, aber eben noch keine Vielzahl. So, was ist eine Vielzahl? Allgemeiner Sprachgebrauch ist rund ein Dutzend und interessant ist, dass es in der Gewerbeordnung, und wir haben ja hier Gewerberecht, also wir befinden uns ja hier in einem besonderen Gewerberecht und wir haben in der allgemeinen Gewerbeordnung in 67 auch den Begriff, und der wird auch als ein Dutzend angesehen. Also das ist eine interessante Sache, wo man zumindest auch diesen Begriff annähern kann, genauso wie auch im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb auf jeden Fall von niedriger, zweistelliger Zahl die Rede ist. Aber eigentlich ist die Gewerbeordnung interessant. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Vielzahl, definieren wir mal mit rund ein Dutzend. Dann will ich nur sagen, ist klar, wir haben eine kleinteilige Anwendung, dann haben wir so einen Flickenteppich, dann haben wir natürlich das Problem, dass sie jetzt unter Umständen Behörden Ermessensfehler begehen, weil die sagen, nee, wollen wir nicht, dann wird das nicht richtig begründet, dann hat man keinen Anhalt dagegen vorzugehen, dann muss man denen vorhalten, sie haben ihr ermessenlich ordnungsgemäß ausgeübt. Also es ist natürlich alles auch sehr fehleranfällig und eben nicht planbar. So, und jetzt mal so ein Thema aus der Praxis, wo man vielleicht sagen kann, wenn ihr mit zwei, drei Anbauvereinigungen in Abstimmung seid oder es ist ein CSC, der viele Mitglieder hat, der jetzt sagt, aus uns heraus möchten wir eine zwei, drei Anbauvereinigung gründen und die sollen zusammenbleiben, dann wäre ja auch eine Überlegung, auf die Behörden zuzugehen und zu sagen, wir sind es, wir möchten hier mit zwei, drei Anbauvereinigungen aus den und den Gründen rein, wir haben einen CSC, der bleibt auch bestehen und dass man mit den Behörden spricht und im Grunde genommen so etwas wie eine in Anführungsstrichen objektbezogene Zulassung bekommt, also sprich, dass die Behörde sagt, auf dieses Objekt bezogen werden wir diesen Anbauvereinigungen die Erlaubnis nicht versagen, wenn die Erlaubnisse reinkommen, weil zwölf ist ja so, dass jede einzelne Anbauvereinigung beurteilt wird, also man könnte jetzt ja in ein Objekt reingehen mit einer Anbauvereinigung, die hat kein Problem, weil die ist ja alleine, aber wirtschaftlich habe ich ja das vielleicht im Ganzen gerechnet oder ganz sicher und dann kommt jetzt die zweite und dann sagt die, nee, du nicht, du kommst hier nicht rein und dann ist ja ein Problem, also deswegen meine ich schon frühzeitig planen und überlegen, ob man jetzt hier, wo man die Behörden ja auch kennt, nicht vielleicht auch aufeinander zugeht und sagt, wie sieht es aus, können wir hier zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft rein und das ist ja auch nicht unbedingt, jetzt muss ich halt den einzelnen Sachverhalt auch entsprechend aufbereiten natürlich, wenn ich dann mit der Behörde ins Gespräch gehe, also die Frage ist ja, wie würde jetzt eine Behörde vorgehen, mal in die Situation der Behörde versetzt, die hat jetzt den 12 Absatz 3, die prüft jetzt den Antrag durch und dann wäre jetzt eure Anbauvereinigung die zweite, die jetzt in so ein Objekt gerne rein möchte, dann gehen ja erstmal die rote Lampe an, so, muss ich erstmal angucken, ist das jetzt ein Grund zu versagen oder nicht und dann muss die Behörde ja Ermessen ausüben und die Frage ist doch, was sind jetzt eigentlich Ermessensgründe, zulässige Kriterien für die Behörde zu sagen, ich versage das, und dann muss man natürlich erstmal den einzelnen Sachverhalt ordnungsgemäß aufarbeiten, um mal ein Beispiel zu bringen, ich habe eine Halle, die ist nicht erweiterungsfähig, ansonsten habe ich also alles erfüllt, das ist immer Grundvoraussetzung jetzt von dem, was ich sage, und die ist aber nicht erweiterungsfähig, ich plane da jetzt drei Anbauvereinigungen rein und in der Halle ist auch alles super geplant, alles ist ein Sicherheitskonzept getrennt und und und. So, jetzt da die Frage, wenn jetzt die Behörde ihr Ermessen ordnungsgemäß ausübt, was sind denn die Kriterien, die sie zu berücksichtigen haben, die sie in Abwägung zueinander bringen müssen und wie sind die eigentlich ordnungsgemäß zu gewichten, zu welchem Ergebnis wird das denn eigentlich führen bei ordnungsgemäßem Ermessen? Ja, das muss ich auch vorweg denken. Und da kann man natürlich dann schon sagen, ich kann ja zum Beispiel die Halle jetzt nicht noch auf zehn erweitern. Da werden nie mehr als drei rein können an diesem Standort. Und irgendein Anwendungsbereich muss ja für die Vorschrift geben. Also insofern, und das ist nur ein ganz vereinfachtes Beispiel jetzt, also so muss man sich da ja rantasten, mache ich ja auch nicht anders und ziehe meine Erfahrungen aus anderen Bereichen hier rein und überlege mir, wie könnte man mit diesem Thema umgehen. Mir ist nur wichtig, da auch ein bisschen Kreativität vielleicht im Grunde in Gang zu bringen, dass man festhält, es ist nicht ausgeschlossen. Kommunikation ist wichtig, eine gute Planung ist wichtig, mit den Behörden darüber zu sprechen. Ich habe nächste Woche zum Beispiel eine Begehung mit Mandanten und treffe da Behördenvertreter vor Ort an einem Objekt, um die Dinge zu besprechen. und die sind da auch gerne, kommen gerne. Also da ist schon die Frage, ja, wie geht man da ran? Also insofern, ich habe das mal so genannt, vor Wegnahme einer rechtmäßigen Ermessensentscheidung, also Brille der Behörde aufsetzen und sich überlegen, besteht hier tatsächlich ein Grund der Versagung oder nicht. Also das dazu. Dann zu dem 17, Stichwort, gewerbliche Geschäftsmodelle, gebündelte Paketleistungen. Also eins muss man vielleicht nochmal vorweg sagen, der Gesetzgeber hat hier eigentlich eine Sache zu viel geregelt, weil wenn man sich die Begründung anguckt zu diesem Thema, dann geht es darum, dass er Paketleistungen verhindern will, die auf Großanbauflächen basieren. Also das steht auch so in der Gesetzesbegründung drin. Wenn ich das jetzt so ernst nehme, dann reicht ja eigentlich, dass ich 12 Absatz 3 habe, weil wenn ich nie eine Großanbaufläche habe, dann brauche ich auch nicht die Beschränkung der Paketleistungen auf Großanbauflächen. Also hat er hier eigentlich eine Doppelregelung getroffen, selbst für Kleinanbauflächen, obwohl das ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Also wenn er 12 regelt, hätte er 17 gar nicht mehr regeln müssen, von der Zielsetzung her, weil er ja schon gar nicht zu Großanbauflächen kommt. Also letztendlich ist es eine doppelte Einschränkung. Aber wie viel Einschränkung steckt da überhaupt hinter? Und da wird es jetzt ein bisschen, es tut mir leid, dass da so ein paar Trennungssachen da, das ist irgendwie in der Formatierung jetzt verhuddelt. Sorry. Also, das ist ja bekannt, Anbauvereinigungen, Anbauvereinigungen darf Cannabis nur von Mitgliedern gemeinschaftlich angebaut werden, dürfen dann geringfügig Beschäftigten mit den unmittelbar, mit den gemeinschaftlichen Eigenanbau und Weitergabe verbundenen Tätigkeiten übertragen, wenn die Mitglieder sind. Also, Anbau ist ehrenamtlich oder ich habe geringfügig Beschäftigte, die den Anbau mit unterstützen, die Mitglieder sind. Punkt eins. Auf den Satz gehe ich gleich auch gar nicht weiter ein, weil geändert worden ist der ja nicht, sondern es geht nur um diesen kursiven Satz, der war ursprünglich ja in der ersten Fassung, sonstig endgeltlich Beschäftigte oder Nichtmitglieder dürfen nur mit Tätigkeiten beauftragt werden, die nicht unmittelbar mit dem gemeinschaftlichen Eigenanbau zusammenhängen. Also, wir haben Anbautätigkeiten, Anbau nahe Tätigkeiten und dann haben wir Anbau ferne Tätigkeiten. Wenn ich mir jetzt so einen Betrieb vorstelle, kann man ja so mit ganz normalem Menschenverstand rangehen, was ist Anbau? Der Gesetzgeber äußert sich da auch nicht so ganz richtig, aber da kann man ja sagen, Samen, Aufzucht, Trimmen, Ernten und so weiter, Gießen, also alles, was man sich vorstellt, was man in so einer ganzen Prozesskette abbildet, dann kann man am Ende höchstens überlegen, ist jetzt tatsächlich noch Ernte und Trimmen Anbau, was ist das auch vielleicht landwirtschaftlich, also man ist ja im Pflanzenbau, wie muss man das werten? Ich würde das eher mal so ein bisschen großzügiger sehen, anstatt das jetzt zu klein zu definieren, weil an verschiedenen Stellen in der Gesetzesbegründung die Ernte auch immer wieder genannt wird und auch das Trimmen der Pflanzen und so weiter, also ich denke schon, das sollte man in jedem Fall mit dazu nehmen. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, die nicht damit verbundenen Tätigkeiten, ich will mal ein paar Beispiele nennen, die in der Gesetzesbegründung stehen, Qualitätsberatung, Schulung von Mitgliedern zur Qualitätssicherung, Dokumentation, Buchhaltung, Reinigung, Sicherheit, Hausmeisterei. Das hat er an anderer Stelle nochmal so wiederholt. Das sind so Beispiele, die er aufführt für die nicht anbaunahen Tätigkeiten. Ja, da gibt es ja keine Geschäftsführer jetzt, aber es kommt darauf an, ob der wirklich an der Pflanze ist oder ob er eine Tätigkeit vollbringt, die im Grunde nur eine Hilfstätigkeit ist, damit dieser Anbau ordnungsgemäß vollzogen werden kann. Also jemand, der da Birnen austauscht oder irgendwie solche Sachen macht, der ist natürlich nicht mit dem Anbau beschäftigt. Das ist interessant, weil der Vorstand ist ja kein Beschäftigter. Ja, grundsätzlich ja, muss in der Satzung geregelt werden, dass er Geld bekommt. Er kann ja Geld verdienen als Vorstand. Das muss ich in der Satzung ausdrücklich eröffnen. Also wenn ich in der Satzung keine Regelung habe, dann darf ich dem Vorstand auch kein Geld geben. Ansonsten darf der angemessen bezahlt werden, aber der Vorstand ist ja Arbeitgeber, der ist ja nicht Beschäftigter. Also das ist ja, es geht um sonstige endgeltliche Beschäftigte und in dem Antrag muss man die ja auch differenziert auflisten. Das ist ja Vorstand und dann Daten von den endgeltlich Beschäftigten und so weiter. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Aber ein Vorstand darf bezahlt werden, wenn es in der Satzung geregelt ist. Genauso muss ich im Übrigen auch in der Satzung des Vereins regeln, dass ich diese sonstig endgeltlich Beschäftigten auch einstellen kann. Ich bin ja ein Idealverein, der hat ja normalerweise keine Angestellten. Also auch das muss ich in der Satzung eröffnen und dann natürlich die Einschränkung, aber nur nach Maßgabe dieses Paragrafen. Das ist auch klar. Aber jetzt, der Vorstand ist ja auch Mitglied, wenn man Selbstorgan schafft. Der Vorstand muss ja zwingend Mitglied der Genossenschaft sein, des Vereins sein oder Genossenschaft, ja da sowieso und darf ja nicht von außen kommen und insofern ist der natürlich auch, hat der zwei Hüte auf. Einerseits ist er der Vorstand, aber er hat natürlich auch Mitgliedschaftsrechte, was man ja auch daran sieht, dass er zum Beispiel in der Versammlung abstimmen darf oder ein Rederecht hat oder ein Teilnahmerecht hat. Also insofern wird der auch an der Pflanze sein dürfen. Ja, gut. Ja, ich wollte noch eben den, ja, wollen wir gleich Fragen machen? Ja, 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 machen Sie. Das ist sowieso noch ein ganz besonderer Punkt, das ist sowieso die Frage, das ist sowieso noch ein Thema, was ist denn überhaupt, ist es überhaupt sinnvoll, diese Werte in einem Verein zu halten? Ja, also was ist denn, wenn ich jetzt eine Immobilie im Verein habe und ich habe Technik, also ich würde das theoretisch jetzt machen, ich würde das alles kaufen, dann gehört das ja dem Verein. So, und wenn der jetzt in drei, vier Jahren nicht mehr ist, als Beispiel, dann habe ich da diese ganzen Werte, dann muss ich das alles abwickeln und dann sind vielleicht viele Mitglieder schon weg. Also das ist ja auch nicht so einfach, also ich weiß nicht, ob es so wirklich sinnvoll ist, diese großen Werte wirklich ins Vereinsvermögen zu nehmen oder ob es nicht wesentlich sinnvoller ist, zu sagen, ich gehe in eine Vermietungssituation, ich habe weniger finanzielle Verpflichtungen, ich habe ja auch am Anfang kein Geld, außer jemand, ja, gibt mir dieses Geld und wenn ich die Mitglieder, wenn die Mitglieder, die können mir natürlich auch dieses Geld geben, klar, aber das wird ja in den seltensten Fällen so sein, dass diese Summen dann auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Man kann natürlich auch mit Mitgliederdarlehen arbeiten, zum Beispiel, muss auch in der Satzung dann entsprechend stehen, solche Sachen, die sind ja machbar, kann auch Sonderumlagen erheben und und und, also da kann man sich gewisse Dinge ausdenken, also deswegen ist eben wichtig, weil das alles in die Satzung muss, auch mit den Beiträgen, nicht die Höhe, aber die Beiträge müssen ja auch in die Satzung, die kann ich nicht nachher in der Beitragsordnung festlegen, die Beitragsarten, sondern die muss ich in der Satzung festlegen, deswegen hat es auch keinen Sinn, eine Satzung zu machen, wenn ich meine gesamte Sache da nicht geplant habe. Muss ich mir ja vorher Gedanken drüber machen, welche Beiträge, welche Beiträge will ich denn eigentlich erheben? Gut, jetzt nochmal wichtig, also, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, wir haben also die Mitglieder an der Pflanze, muss man so einfach zu sagen und wir haben einige Mitglieder oder Nicht-Mitglieder, die eben Tätigkeiten ausüben, die zum Geschäftsbetrieb dazugehören, betriebliche Tätigkeiten, Buchhaltung, reinigen und so weiter, alles, was gerade genannt wurde, Dokumentation, Verwaltung, wie man, wenn man so einen kleinen Wirtschaftsbetrieb sich mal so vorstellt, was alles so anfällt, was man so erledigen muss. Und diese Tätigkeiten, da kann ich eben sagen, ich beschäftige, ich stelle ein und sage, du machst für mich die Buchhaltung und ich stelle einen Buchhalter ein, lassen wir jetzt mal die Sinnhaftigkeiten beiseite, ich will nur die Beispiele bringen und mache das, oder aber, was ja auch möglich ist, hiernach, ich gehe hin und beauftrage den Buchhalter. So, jetzt kam mir der Gedanke auf, ja, da kann man ja so Betreibergesellschaften drumherum bauen und dann macht er ja für mich jetzt die Reinigung, der macht die Objektsicherheit und dann mache ich die Tätigkeiten, die nicht mit dem Anbau zu tun haben, die lagere ich aus und dann kann ich da ja drumherum auch eine Konstrukt bauen, wo ich Geld verdienen kann. Alles soweit legitim, alles in Ordnung und das ging ja dann so weit, dass einige gesagt haben, ja, ich mache dir da so ein, deswegen ja auch das Thema mit den gebündelten Paketleistungen, ich mache dir so ein All-In und du musst eigentlich nur noch kommen und holst dir ab, mal überspitzt gesagt. Und das war ja das, wenn man gesagt hat, nee, nee, das wollen wir nicht. So, aus verschiedenen Gründen. Diese Tätigkeiten, die jetzt nicht mit dem Anbau zu tun haben, die werden ja auch in den Gesetzesbegründungen, ich habe es mal hier hingeschrieben, da kommt ja auch nochmal, was ich gerade gesagt habe, mit der Ernte und so dazu, die werden so definiert vom Gesetzgeber. So, dann das, was ich schon gesagt habe, wörtlich, Qualitätsberatung etc. Alles nur Beispiele. Jetzt ist Folgendes passiert, da ist der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, jetzt darf man sonstig endgeltliche Beschäftigte oder Nichtmitglieder nur mit Tätigkeiten beauftragen, die nicht unmittelbar verbunden sind. Das ist derselbe Satz wie gerade, keine Veränderung, aber denselben sonstig endgeltlichen Beschäftigten, ja, also den Müller, den darf ich jetzt nur noch mit einer Art von Tätigkeit beauftragen. Das heißt, ich stelle den ein in meiner Anbauvereinigung und jetzt darf ich den aber auch nur die Buchhaltung machen lassen. Wenn der sagt, ich nehme mir auch mal den Mob in die Hand und mache hier noch Reinigungsarbeiten, dann geht das nicht, weil das nicht eine Art von Tätigkeit ist. Das heißt, man hat dann im Grunde genommen gesagt, wir grenzen das ein, der Mitarbeiter darf nur eine Art von Tätigkeit machen, aber weil wir nicht mehr von Tätigkeit sprechen, sondern von Art von Tätigkeit, dehnen wir das so ein bisschen aus. Also der Hausmeister darf dann auch die Lampe einstrauben, ich will es also nicht zu sehr stückeln, aber der soll eben nur eine Art machen, eben nicht mehr und das Nichtmitglied auch. Heißt also jetzt, der Außenstehende soll eben auch nur Buchhaltung machen und nicht noch über seine GmbH zum Beispiel noch Reinigung anbieten dürfen oder andere Themen. Also war hier die Sache Betreibergesellschaft schwierig, von dem, was zumindest einige geplant hatten beziehungsweise schwierig, ja, nicht möglich. Ja, da ist nochmal so ein paar Sachen, die da reingehören. So, und jetzt der Begriff der Tätigkeit ist jegliche gegen Entgelt erbrachte Leistung unabhängig von der vertraglichen Ausgestaltung. Das ist natürlich klar, also kann ich jetzt nicht durch Arbeitsvertrag, Dienstvertrag, Geschäftsbesorgung und so dann sagen, dass ich da irgendwie das umgehe. So, jetzt wird es spannend. Jetzt sagt der Gesetzgeber, vermieden, wer soll beispielsweise, dass etwa ihr Vertragspartner bei der Anbietung von Objekten zum Zweck des Anbaus zugleich Vermieter, also Halle, Energielieferant, Solar auf dem Dach und für Objektsicherheit verantwortliche Personen sein können, etwa in Form der Bereitstellung von vollständig mit Heizbeleuchtung, Bewässerung, Kameratechnik ausgestellten Anbau für eine Vielzahl von Anbauvereinigungen. Und da ist das, was ich vorhin meinte, wenn ich die Vielzahl schon nicht mehr habe, dann kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt Vermieter bin und habe eine Halle, dann kann ich ja nicht mehr eine Vielzahl ausstatten in der Halle, dann habe ich die ja gar nicht mehr in der Halle. Also insofern ist das eigentlich zu viel des Guten. Aber das ist das, was am 14.05. in der Gesetzesbegründung stand. So, das ist ja genau das Problem, das ist ja nur in der Begründung jetzt so, aber im Grunde will man das ja grundsätzlich nicht. Das ist ja das, was ich sage. Eigentlich hätte man darauf verzichten sollen, weil es doppelt gemoppelt ist sozusagen, weil ich gar nicht in die Vielzahl komme, aber weil es ja objektbezogen ist, was hier steht. Jetzt aber Folgendes, jetzt kam ja aufgrund dieser Sache, war jetzt die allgemeine Meinung, wenn ich jetzt eine Anbauvereinigung habe, dann darf ich also nicht bei einem Einzelnen oder umgekehrt mal gedacht, aus der Sicht desjenigen, der es zur Verfügung stellt, dass er sagt, ich darf nicht die Immobilie zur Verfügung stellen und eine Solaranlage auf dem Dach haben und die Energie liefern und dann baue ich dir da auch noch vielleicht die Technik rein oder habe irgendwas anderes, was ich dir noch mit der Halle mitgebe. Das geht nicht, weil das ja hier so steht, dass das nicht geht. Und das war ja viel diskutiert, dass viele gesagt haben, naja, damit ist ja die Bereitstellung im Grunde genommen solcher Pakete, nenne ich das jetzt mal, an Anbauvereinigungen gar nicht mehr möglich. Wie sollen die das nur machen? Die müssen das dann ja alles selbst machen und das ist ja ganz schwierig und dann wird das viel zu kleinteilig, weil dann ist der eine, der mir die Halle gibt, dann brauche ich eine Halle ohne Solaranlage. In Baden-Württemberg darf gar keine neue Halle ohne Solaranlage mehr gebaut werden. Also das sind also alles so Sachen, die sich widersprechen. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das sehe ich mir wichtig. Deswegen bin ich so ausführlich. Das steht in der Gesetzesbegründung drin. So. Jetzt muss man halt wissen, so. Jetzt ist der Gesetzgeber hergegangen und hat dann gesagt, ja, nach Diskussion, wir sehen ein, das ist vielleicht nicht so glücklich, wenn ein Einzelner nur noch eine Art von Tätigkeit erbringen kann und jetzt gehen wir den Weg, dass wir außenstehend bei unserer Meinung bleiben also der Dritte, der Buchhaltung anbietet, darf auch weiterhin nur Buchhaltung anbieten. Aber wenn ich den Müller einstelle in meiner Anbauvereinigung, dann darf der auch Buchhaltung und Hausmeisterei machen. Also der Angestellte in der Anbauvereinigung darf mehrere Arten von Tätigkeiten machen, aber wenn ich nicht angestellt bin in der Anbauvereinigung, dann darf ich nur eine Art von Tätigkeit machen. Beziehungsweise der darf natürlich ganz viele machen, aber nicht für diese Anbauvereinigung. Also immer aus Sicht der Anbauvereinigung, die darf den dann nicht beauftragen. Das ist jetzt das, was hier steht. Also man darf jetzt Mitarbeiter einstellen, egal ob Mitglieder oder nicht Mitglieder, die dürfen eben Buchhaltung, Hausmeisterei und sowas machen, anbaufern. Aber Nichtmitglied darf nicht mit mehr als einer Art von Tätigkeit beauftragt werden, wenn es endgeltlich, wenn es, Entschuldigung, wenn es endgeltlich beschäftigt wird. Also nur dann. So. Und die Tätigkeit, die hier steht, ist eine Tätigkeit nach Satz 3. Das ist jetzt wichtig. Also, wir reden über die Tätigkeiten, die ich vorhin aufgelistet habe, anbaufern, betriebliche Tätigkeit. So. Das heißt, es können endgeltlich Beschäftigte, Hausmeister als auch Objektaufgaben, geringfügig Beschäftigte, bin ich ja auch drauf eingegangen, auf andere Nichtmitglieder und ausgeschlossen bleibt die Beauftragung Dritter mit mehreren Arten von Tätigkeiten. Das ist das, was ausgeschlossen bleiben soll, was ich gerade gesagt habe. So. Jetzt kommt, das habe ich gerade alles schon gesagt, das ist nicht wichtig, ich will jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt hinaus. Und zwar fängt der da an. bei den einheitlichen Begrifflichkeiten. Und da muss man zurückgehen in die Entwicklung der Vorschrift. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Die Gesetzesbegründung, die ich gerade vorgelesen habe, mit Hausmeisterei und diese Beispiele, sind aus der ersten Fassung. Da war also von Vermietung, Energie und all diesen ganzen Themen noch überhaupt nicht die Rede. Dann wurden diese Betreibergesellschaften angedacht von etlichen und die waren danach auch möglich. Dann ist ja der Bundesrat hergegangen und hat gesagt, wir wollen das so nicht. Das ist immer mein Arbeitspapier, ist ein bisschen bekritzelt, aber das ist die Bundesratsdrucksache 92.1.24 vom 11.3. Und da hat der Bundesrat gesagt, es ist sicherzustellen, dass etwaige Vertragspartner bei der Anbietung von Objekten zum Zweck des Anbaus nicht zugleich Vermieter, Energielieferanten oder für Objektsicherheit verantwortliche Personen sein können. Diesen Satz, den habe ich ja gerade schon mal vorgelesen, der stand hier zum ersten Mal drin vom Bundesrat vor Verhandlung der Protokollerklärung. Dann hat man die Protokollerklärung verhandelt und dann hat man Folgendes gemacht, da hat man den Satz auch abgeschrieben, der hier drin steht in der Bundesratsdache und hat jetzt folgenden Satz davor geschoben. Zudem wird klargestellt, welche Tätigkeiten Anbauvereinigungen nicht an gewerbliche Anbieter auslagern dürfen. So, und jetzt wird es ein bisschen spitzfindig, aber meine ich ganz wichtig. Jetzt ist nämlich hier was passiert, dass hier der Gedanke der Auslagerung vor den Gedanken des Bundesrats gesetzt wurde und diese beiden Sachen, die passen eigentlich gar nicht zusammen. Nämlich, man hat jetzt die Auslagerung durch die Auslagerung und durch die Regelung in § 17 hat man im Grunde diesen Punkt, dass also vor allen Dingen Dritte nicht mit mehreren Tätigkeiten beauftragt werden können, das ist ja geregelt. Das sind nämlich Tätigkeiten, die ausgelagert werden. Wenn ich die Buchhaltung nicht einen anderen machen lasse, muss ich sie selbst machen. Das ist eine betriebliche Tätigkeit. Eine Bank hat eine interne Revision, mache ich nicht selbst, gebe ich raus. also betriebliche Tätigkeit. Aber das, was in der Gesetzesbegründung steht, ist gar keine Tätigkeit im Sinne dieser Begriffe, sondern das ist in meinen Augen ist das die Bereitstellung von Betriebsmitteln, sogenannte Hilfsgeschäfte. Das heißt, wir haben hier einen einheitlichen Begriff der Tätigkeit. Wir haben die Situation, wenn man in den 17 guckt, dass alle Tätigkeiten, die da aufgeführt werden. Dies ist ein einheitlicher Begriff, die können zum Gegenstand eines Beschäftigungsverhältnisses gemacht werden. Ich kann aber ja niemanden einstellen, der die Tätigkeit ausübt, dass eine Halle gemietet wird oder Energie angeschafft wird. Das ist ja was ganz anderes, das sind ja Betriebsmittel, Hilfsgeschäfte, das sind keine Tätigkeiten. Also das, was vielleicht geregelt werden sollte, wenn man es überhaupt so regeln wollte und was in der Gesetzesbegründung mitläuft, ist überhaupt nicht zum Gegenstand des Gesetzes geworden. Ja, wir müssen halt unterscheiden, das ist ganz wichtig, also die Tätigkeiten, die hier stehen, die sind im Grunde genommen, die greifen erst dann, wenn ich die Betriebsmittel schon habe. Aber ich kann ja nicht eine Energiebeschaffung oder den Einkauf, sag ich mal, wenn ich jetzt jemanden beauftrage, dass er mir Kopierpapier liefert oder dass er mir einen Schreibtisch liefert, das ist ja nicht Gegenstand eines Beschäftigungsverhältnisses, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und die wären ja im Zweifel hiervon erfasst, weil der Gesetzgeber kann ja nicht, hat es ja auch nicht gemacht, er hat ja nicht es wirklich auf diese wenigen Dinge irgendwie reglementiert, sondern wenn das so wäre, dass die Betriebsmittelversorgung davon umfasst wäre, dann könnte ich mir ja nicht mal in einem Bürogeschäft einen Schreibtisch und Papier kaufen, man müsste ja sagen, Papier kommt in Kopierer und Schreibtisch, da sitze ich dran, das sind ja zwei unterschiedliche Arten von Tätigkeiten und deswegen kann ich die nicht kaufen in dem Laden, also das ist vom Gesetz nicht erfasst, also ich habe da jetzt schon so oft drüber nachgedacht, wir haben das in der Kanzlei ruf und runter diskutiert, also es ist unsere, nicht nur meine, das ist eigentlich gar nicht richtig, es ist unsere Meinung, dass das vom Gesetzgeber vielleicht geregelt werden sollte, aber durch die Art der Regelung und durch die Begrifflichkeiten und 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 ist es gar nicht geregelt worden und man muss ja da auch Sicherheit haben, muss ja auch klar abgrenzen können, muss ja wissen, was sind Tätigkeiten und die definiert er ja, insofern meine ich, ist es zulässig von jemandem Energie und eine Halle anzumieten und den damit zu beauftragen, das aus einer Hand anzuliefern, weil es von Paragraph 17 überhaupt nicht erfasst ist. Ja. So, jetzt habe ich Sie total gequält, das tut mir leid, wenn man so Wasser nehmen. Wenn man Betriebsmittel zur Verfügung stellt, dann kann man gleichzeitig auch Vorstand sein, das ist auch möglich oder wird sowas ausgeschlossen? Ja, also normalerweise, ich würde es nicht machen, also, ja, also man kann natürlich, also da muss man, da muss man zumindest Mitgliederbeschlüsse zum Beispiel, also Mitgliederversammlungsbeschlüsse würde ich mir ein, oder wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich solche Geschäfte mache. Ich kann das theoretisch rechtlich tun, ja, ich kann auch sagen, ja, wir haben ja einen anderen Vertragspartner, ich habe ja eine GmbH, ich bin ja gar nicht der Vertragspartner, sondern ich lagere das ja auf eine GmbH aus. Also es ist zulässig, aber ich mahne im Einzelfall zur Vorsicht, da muss man sich dann schon genau die Konstruktion angucken, wie die ist und wie die Konditionen sind. Wichtig ist immer, in so einem Fall, wenn man es macht, dass man dann auf jeden Fall diesen Drittvergleich, die Marktgerechtigkeit unbedingt beachtet und den auch belegt. Ja, das ist genauso für die Gehaltszahlung an den Vorstand. Ja, da würde ich unbedingt entsprechend vorher auch Marktvergleichsdaten einholen und das dokumentieren, warum der Vorstand jetzt so und so viel Geld verdient und das Problem ist halt, dass sie ruckzuck in der Untreue sind. Wenn sie sich da jetzt die Taschen voll machen und meinen, sie könnten da ganz viel Geld rausziehen und das ist nicht marktgerecht, dann haben sie schnell ein Problem. Also deswegen vorsichtig sein. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man das macht, aber ich bin immer so ein bisschen erschrocken, weil man sollte schon aufpassen, dass man da nicht so einen, ja, 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 ist klar, also grundsätzlich ist möglich, ja. Kurze Frage, kollidiert das nicht mit 181 bürgerliches Gesetzbuch in sich Geschäfte? Nee, da kann ich davon befreien. Okay, aber das muss dann auch sozusagen dick angekündigt sein. Danke. Ja, die Frage ist bei diesen in sich Geschäften und so, die Frage ist, wenn ich auf zwei Seiten auftrete, also ich bin einerseits Vorstand des Vereins und ich bin auf der anderen Seite halt, auf der anderen Seite ja auch Vertragspartner und dass solche Geschäfte muss man in der Satzung halt von 181 befreien, 80 BGB, ja. Ja, ein Vereinsmitglied darf ja als Buchhalter oder auch in sonstigen Tätigkeiten eingesetzt werden und ein Vereinsmitglied darf und sollte auch schnipsen, ehrenamtlich. Oder wie ist das geregelt? Darf ich einen Buchhalter einstellen, der so circa ein Prozent seiner Zeit Buchhalt und sonst eigentlich schnipst? Soll ich dazu sagen? Also Mitglied bleibe ich immer. Wenn ich Mitglied bin, bin ich Mitglied und ich habe immer diese Mitwirkungspflicht, die endet nicht, wenn ich als Buchhalter eingestellt werde, dann habe ich die trotzdem und dann darf ich ja in meiner Freizeit diesen Tätigkeiten nachgehen. Ich kann natürlich, also ich also man, ich weiß ja, dass es da, sag ich mal, Gestaltungszwänge gibt, das ist mir bewusst, ja. Man muss halt schon darauf achten, dass man jetzt nicht unbedingt jemanden Alibi-mäßig als Buchhalter einstellt, gleichzeitig noch eine Steuerkanzlei damit beauftragt, die Dinge zu buchen und dann meint, der ist jetzt und mein Grower. Also so dieses neunmal kluge Gestalten so, also ich bin da sehr zurückhaltend. Also man, es gibt sicherlich Bereiche, wo man sagt, ja, sind Überschneidungen, ja, wenn ich jemanden in der Qualitätsberatung einstelle zum Beispiel, dann hat der zwangsläufig mit der Pflanze zu tun. Das ist so, ja, das kann ich gar nicht vermeiden und in der Qualitätskontrolle, die ja zulässig ist. Aber dann darf es auch nicht dazu führen, dass der jetzt im Grunde nur growt und keiner macht was. Der ist natürlich beteiligt, ja, aber man sollte davor vorsichtig sein, Leute, also Positionen zu besetzen und Geld auszugeben für Alibi-Tätigkeiten. Ist auch nicht erlaubt. Hi. Danke schon mal. Hier? Hello. Ja, hallo. Achso, sorry. Danke für den Input soweit schon mal. Ich wollte fragen, können Sie ein paar Sätze sagen zu den verschiedenen Beitragssystemen und Staffelungen, die wir bis jetzt so sehen? Also es ist ja gesetzlich gefordert, dass wir Pauschale für Abgabemengen, also wir können Pauschalen für Abgabemengen erheben. Jetzt haben einige CSC ja gesagt, wir erheben pauschal sechs Euro für jedes Gramm, das man kauft. Ist für mich jetzt nicht so richtig eine Pauschale, wenn man jeden Monat entscheiden kann, wie viel Gramm man haben will? Können Sie da so ein bisschen was zu sagen, was also was da für Gestaltung Sinn macht oder was Ihnen bisher so über den Weg gelaufen ist, wo Sie sagen, nee, das wird so wahrscheinlich nichts? Ja, also das ist ja eingebettet in so eine wirtschaftliche Gesamtplanung. Also erstmal ist sowieso die Frage, was ja vormorgen auch schon Thema war, wie richte ich meinen Club aus? 18, 21, da geht es schon los. Dann ist die Frage, möchte ich in irgendeiner Weise Kleinkonsumenten, nenne ich die mal, auch in meiner Anbauvereinigung berücksichtigen und denen auch einen Platz dort geben, was ja durchaus sinnvoll ist. Dann kann man ja auch Plätze reglementieren, sagen, dass ich dafür 50 Mitgliederplätze, also 50 Beitragsplätze sozusagen frei halte, für solche Sachen. Wichtig ist halt, dass diese Kategorien, ich gehe da gleich noch näher drauf ein, dass die wirklich von Anfang an auch mit geplant sind und deswegen auch wichtig ist, was will ich da eigentlich anbauen, was wollen meine Mitglieder, soweit ich das in Erfahrung bringen kann, weil dafür muss ich ja unter Umständen auch A, meine Größe planen, meine Anlage planen, ich muss die Technik danach ausrichten, es gibt ja verschiedenste Dinge, die ich dann danach ausrichten muss und dann kommt eigentlich erst die Frage, wie gestalte ich dann oder die ist Bestandteil dessen meine Beiträge. Also, ich gebe ja mehrere Möglichkeiten, ich kann jetzt einen Grundbeitrag zum Beispiel erheben und sagen, der Grundbeitrag ist ja zum Beispiel entspricht dem Beitrag ohne einen Staffelbeitrag für die niedrigste Eintrittsschwelle. Also, ich habe jetzt zum Beispiel eine Schwelle bis 10 Gramm, sagen wir mal, und ich erhebe einen Grundbeitrag und dann kommt nichts mehr dazu für die, die bis 10 Gramm nehmen und dann gibt es eine Kategorie bis 20 Gramm zum Beispiel und dann kann ich damit aber wirtschaften, das Problem ist nur bei diesen Staffeln, also dann kann ich ja weiter denken, ich kann auch sagen, ich steige erst bei 20 ein, weil ich das wirtschaftlich in meinem Umfeld gar nicht darstellen kann, ich brauche diese Erträge, sonst komme ich nicht klar. Und dann kann ich natürlich noch Staffeln und sagen, wie so eine kleine Matrix, ich habe jetzt 10 Gramm und habe die Qualität A und das Mitglied legt sich halt darauf fest und sagt, ich hätte gerne bis 10 Gramm Qualität A und dafür wird dann ein Beitrag gezahlt. So, und den kann ich aber auch nicht wechseln, also ich kann jetzt nicht im Monat sagen, ach, ich habe mich da vergaloppiert, ich nehme noch 5 von dem, weil ich habe ja ein Beitragssystem, also muss man dann in der Satzung die Dinge so gestalten, dass ich natürlich irgendwann auch mal wechseln kann, da kommt dann wieder so ein Thema Prävention zum, wenn jemand bei 10 anfängt und ist in einem Jahr bei 40, die er abholt, dann müsste man ihn vielleicht mal ansprechen, was da los ist, aber man kann ja wechseln zwischen den Klassen sozusagen und dafür muss man natürlich nur einen ordentlichen Zeitraum festlegen, weil ich brauche ja auch eine Planungssicherheit, also könnte man überlegen, dass man im Quartal zum Beispiel mit Vorlauf sagt, ich melde an, ich wechsle meine Staffelklasse und will ab dem nächsten Quartal einen anderen Beitrag zahlen und dann in der Qualitätsstufe und dann habe ich natürlich noch das Thema Haschisch, kann ich ja nicht zu den Preisen abgeben, also ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache Cannabis, Marihuana, Haschisch und einen Preis, wird ja nicht hinhauen, also muss ich mir überlegen, mache ich da auch noch eine Haschisch-Tabelle zum Beispiel und mache da, überlege ich mir da, welche Qualitäten habe ich da vielleicht, da liege ich ja dann in ganz anderen Preiskategorien auch letztendlich, die ich dann als Beitrag haben muss und da muss ich die miteinander in der Menge verknüpfen, weil der Gesetzgeber nicht unterscheidet zwischen einem Gramm Haschisch und einem Gramm Marihuana, sondern immer bis 50, da muss man natürlich gucken, wie kriegt man das dann hin, das ist immer ein Software-Thema, also das ist ja alles auch ein Programmierungsthema dann am Ende, dass das darstellbar ist und vielleicht ein Punkt noch, der wichtig ist, wenn jemand Vermehrungsmaterial abgeben möchte, dann kann ich das ja an Nichtmitglieder und andere Anbauvereinigungen auch verkaufen zum Selbstkostenpreis, muss ich auch irgendwie festlegen, aber wenn ich an die Mitglieder Vermehrungsmaterial gebe, dann brauche ich dafür auch einen Beitrag, ich brauche im Grunde sowas wie so einen Stecklingsbeitrag und da ist die Frage, ja wie integriere ich den, weil ich ja vielleicht nicht immer Stecklinge habe, die ich abgeben kann und so, also da, und da muss man halt wirklich Gedanken reinstecken, individuell und überlegen, man kann es ja auch ändern, also wenn ich dann merke, ich starte mit einem System und komme überhaupt nicht zurecht, kann man es auch ändern, aber dann muss man die Satzung ändern. Die Beitragsarten müssen in der Satzung festgelegt sein. Ja, ich wechsle ja die Mitglieder, ich würde das in die Satzung schreiben, also die Beitragsordnung ist eigentlich nichts anderes als die Höhe der Beiträge zu bestimmen, die in der Satzung definiert sind und da es sich um Mitgliedschaftsrechte handelt, ich habe ja, ich kriege ja ein Recht vermittelt und deswegen würde ich sowas immer in die Satzung schreiben und die Beitragsordnung tatsächlich nur, ja, als Beitragshöheninstrument sozusagen ansehen. Ja. Ja, kann man mich hören? Ja, super. Ist es möglich, wenn ich... Wer spricht gerade? Hier, hinten in der Eck. Ach da, hi, sorry. Hi, hi, sorry. Sie haben eben gesagt, dass die betriebliche Tätigkeit, also dass es möglich wäre, jetzt Mitglieder auch einzustellen und mit Tätigkeiten zu beauftragen. Kann ich ein Mitglied mit einer etwas weiteren gefassten Arbeitsbeschreibung beauftragen, beispielsweise die Besorgung von notwendigen Materialien für den Anbau und dieses Mitglied hat dann noch eine Firma hinter sich stehen, die sie selber besitzt. Also quasi dann... Das machen wir persönlich. Okay, alles klar. Ja, gut. Dann eine andere Sache, was ist mit Baumärkten und mit Vermehrungsmaterial? Weil wenn jetzt Stecklinge und Samen weitergegeben werden können von der Anbauvereinigung, kann ich dann auch einen Lieferantenvertrag mit einem Baumarkt schließen. Mit einem Baumarkt? Ja, also es gibt ja Gärtnerei, Einrichtungen, Baumärkte und so weiter, die auch interessiert daran sind, Stecklinge zu verkaufen oder Samen zu verkaufen. Aber ich muss ja nur an natürliche Mitglieder verkaufen. Ja, das ist so die Frage. Also ich darf ja nur an natürliche Personen abgeben mit Altersgrenze. Ich darf ja gar nicht an den Handel verkaufen. Okay. Naja, und natürlich die Begrenzung, Eigenanbau, die Zweckrichtung und so weiter. Also insofern kann jetzt nicht, ich kann als Anbauvereinigung kein Geschäftsmodell daraus entwickeln, sondern die Zielsetzung ist eigentlich, wenn man auch die Qualitätsbestimmungen in den Paragraf 18 sieht, dann geht es eigentlich darum, die Anbauvereinigungen, wenn die Stecklinge abgeben, dann findet der Gesetzgeber das ganz gut, weil die sind nämlich überwacht und die müssen ja ihre Qualitäten entsprechend auch nachweisen und wenn die jetzt ihre Stecklinge in Umlauf bringen, also wenn sich praktisch der für den Eigenanbau die natürliche Person bei der Anbauvereinigung bedient sozusagen, dann ist das das, was der Gesetzgeber eigentlich am liebsten hat, weil er da die Qualität darüber sicherstellt, was im Grunde genommen in den Haushalt kommt. Also ich will, also ja, ich will da jetzt hier nicht drüber reden, aber das Thema Stecklinge ist ja ein sehr schwieriges Thema und ja, Vorsicht. Ja, okay, super. Es ging nur ganz kurz um die Pauschalen, um den Wechsel zwischen den Beitragspauschalen. Ist auch ein Modell denkbar, quasi, dass es einen Automatismus gibt, dass man immer am Monatsanfang auf die erste Beitragspauschale zurückfällt in diesem Modell und quasi so dann individuell sich doch seinen Bedarf zusammenstellen kann und nicht fest immer an eine bestimmte Beitragsstufe gebunden ist, die man dann aktiv nur einen bestimmten Zeitraum ändern muss. Also dass es quasi in der Beitragsordnung eine Regelung gibt, zum Monatsbeginn starten alle Mitglieder bei Beitragsstufe 1 und abhängig von der abgeholten Menge Cannabis pro Monat steigt dann halt die Beitragsstufe in die entsprechende Kategorie, fällt aber im nächsten Monat automatisch wieder auf Stufe 1 zurück. Ist so ein Modell, denken Sie, das wäre sinnvoll oder sagen Sie, sowas würde von vornherein abgebügelt werden? Ja, ich denke darüber nach, wir reden da gleich noch drüber. Also grundsätzlich kann ich ja super viel gestalten. Also ich, man muss ja sagen, dass, das ist auch nochmal ganz wichtig, also die Behörden überprüfen ja nicht Vereinsrecht und die Gestaltung des Vereinsrechts, sondern nur insoweit, als dass es in deren Zuständigkeit fällt. Und diese Beitragsregelungen, diese Mitgliedschaftsbeitragsregelungen, die sind ja nicht Gegenstand der behördlichen Überprüfung, sondern nur soweit sie eben im Gesetz stehen. Und da steht eben auch drin, dass diese Staffelbeiträge, zumindest in der Begründung, aber die hat der Gesetzgeber ausdrücklich mitgenommen in der letzten Änderung auch. Also ich kann natürlich alles Mögliche gestalten. Die Frage ist halt, ob es handhabbar ist, auch für mich und kalkulierbar ist als Betrieb. Ja, das ist eine andere Frage. Aber es ist ziemlich viel möglich und ob es dann auch softwaretechnisch und unterstützt werden kann, alles und so. Aber da ist ja sowieso sehr viel möglich. Aber grundsätzlich bin ich da relativ frei. Ich darf halt nur nicht in diese Entgeltthematik kippen. Ich kann halt am Ende nicht sagen, ich mache jetzt so Grammbeiträge und die wechseln ständig. Oder ich, also ein Beitrag ist eben etwas, was ich vorher festlege und was ich dann zahle und was ich letztendlich was nicht individualisierbar ist. Ja, also bringe ich ein Beispiel. Ich spiele zum Beispiel Tennis. Ja, wenn ich jetzt auf den Tennisplatz gehe und ich würde fünfmal in der Woche Tennis spielen und ein anderer einmal, der zahlt den selben Beitrag. Also es kommt eigentlich nicht auf diese Nutzung an. Und die Besonderheit ist jetzt hier mit den Staffelbeiträgen, das wird ja hier nicht funktionieren. Ja, das geht ja nicht. Dass man jetzt so dieses Beispiel ausbildet, jetzt hat mein Sportverein aber auch noch eine Tischtennisabteilung und eine Basketballabteilung und jetzt melde ich mich im Grunde für diese, ja, dann zahle ich ja auch diese Staffelbeiträge. Dann habe ich meinen Tourenvereinbeitrag und dann gehe ich in die Einzelabteilung. Und so ähnlich muss man das hier sehen, dass ich sage, ich bin eben der, das Mitglied, das jeder und ich bin derjenige, der noch Basketball spielen will. Ich bin derjenige, der zehn Gramm haben will oder bis zehn Gramm. Und das ist ein Beitrag. Also das, kein Entgelt, das will er ja hier gerade nicht, der Gesetzgeber. Und da muss man eben aufpassen. Aber sonst sind sie frei. Zu den Entgelten hätte ich noch eine Frage. Es war ja im Gesetzgebungsprozess in den ersten Entwürfen war ja explizit die Entgeltnahme ausgeschlossen quasi, Programm, wenn ich das richtig gelesen habe. Das wurde aber wieder rausgestrichen. Also ist ja eine Entgeltnahme wieder eigentlich erlaubt? Nee, nee, nee. Oder nicht? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Ja, also meine Frage bezieht sich gerade noch mal ganz kurz auf die Beschäftigten gerade in den Vereinigungen, weil da gab es jetzt ganz viel Rumore, Gespräche und sonst was bei uns auch in den ganzen CSCs da im Süden. Ja, die fünf, also so Minijobbergrenze, sozialpflichtiges Einkommen und ähnliches wird ja quasi irgendwie mit dem jetzigen Gesetzentwurf auch angeschnitten. Wie soll man das denn dann lösen, wenn ich sage, ich kann den Leuten gar keine krassen, großen Gehälter auszahlen, dass ich sage, gut, ich muss jetzt mit 30 Leuten zum Beispiel einen Anbau strukturieren für 500 Mitglieder und wenn ich jetzt so Sie haben reden hören, dachte ich, vielleicht gibt es da doch irgendwelche Möglichkeiten zumindest für die nicht an der Pflanze beschäftigten Mitglieder Gehälter über 540 Euro vielleicht zu erhalten. Ja, das ist ja so. Der Buchhalter kann ja ein normales Gehalt bekommen. Aber wenn er Mitglied ist, ebenso wie wir in den Gesetzestext laut Juristum ausgelegt bekommen haben, hieß es quasi Mitglied, heißt Punkt, Ende. Nein, 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 die Frage ist, welche Tätigkeit er ausübt. Das ist ja hier vorne, Moment, ich gehe nochmal zurück. Sie dürfen sonstige entgehrlich Beschäftigte unabhängig davon, ob Mitglieder oder nicht Mitglieder sind. Also das ist jetzt der Stand vom allerletzten Gesetzestext. Okay, gut. Dann haben wir wahrscheinlich unsere juristische Expertise älter. Ja. Also ich bin Mitglied und ich kann besonders, ich bin jetzt Steuerfachangestellter, gelernter oder was weiß ich jetzt. Und dann kann ich sagen, gut, du machst bei uns die Vereinsorganisation, du bereitest für das Steuerbüro die Unterlagen vor, du machst die Dokumentation, also ich muss ja jetzt nicht Buchhaltung, das würde ich ja im Zweifel sowieso vielleicht eher rausgeben, ja, oder würde rausgeben. Aber solche vorbereitenden Tätigkeiten, das ist eine ganz normale Bürokraft, Büroorganisation, Dokumentation, das kann man ja jemandem übertragen, der Mitglied ist, wenn er es kann. Okay, also das heißt, kurz gesagt, nur Laden und Anbau quasi bleibt bei den 540 Euro und der Rest. Genau, der Anbau und diese anbaunahen Tätigkeiten, so, die wir ja gerade beschrieben haben und die Weitergabe natürlich auch, die ist ja davon auch umfasst. Danke. Gut, vielen Dank. Danke. 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 Danke.